Vielen Dank Anne und Hallo von meiner Seite auch in dieser Runde und vielen Dank, dass ich diesmal wieder meine, ich nenne es ja persönliche Ernte, weil alles zusammenfassend geht, überhaupt gar nicht, hier mit euch teilen kann. Ich hatte vier Erntefelder diesmal und habe da eben gleich zu Beginn mit dem Vortrag angefangen zu ernten und bin dann wieder in alle Sessions gehüpft und frei dahin und her gesprungen und habe sozusagen mitgenommen, was ich spannend fand für diese vier Erntefelder. Und ich muss sagen, diesmal ist es dadurch, dass es auch eine Session mehr ist, aber es war wirklich so, dass unglaublich viel Ähnliches parallel diskutiert wurde. Ich wusste manchmal gar nicht mehr, in welcher Gruppe bin ich denn jetzt gerade und warum sitzt denn dieser Bürger nicht, Meister, nicht gerade da drüben, wo es ja gerade um Kommunikation oder Kooperation zwischen Verwaltung und Bürgern geht. Also es war ein unglaubliches, eigentlich gemeinsames Paralleldiskutieren in getrennten Räumen. Also das war tatsächlich ein Erlebnis, muss ich sagen diesmal. Die vier Erntefelder, die ich mir gesteckt habe, ist eben zu schauen, ja wie ist das mit Kooperationen, welche Räume braucht die eigentlich und was ist ein guter Kooperationsraum? Dann habe ich geschaut, was ist das Selbstverständnis, was in diesem Baum eigentlich herrschen muss? Also welche Atmosphäre braucht die Kooperation, wenn man da reinkommt und was atmet der Mann da eigentlich ein, damit man Lust hat zu kooperieren? Dann habe ich mich gefragt oder dort geerntet, wo es darum ging, wie entstehen eigentlich Anlässe für Kooperationen? Was sind gute Anlässe für Kooperationen? Wie werden die eben gemanagt? Und dann die Frage natürlich, wer kooperiert eigentlich? Also wer mit wem, das wurde jetzt hier schon so sehr oft genannt und auch das wurde immer wieder parallel sehr ähnlich diskutiert und war sehr spannend. Zu meinem ersten Erntefeld, dem Raum, da fand ich sehr, sehr spannend, die direkte, klare Verortung als einen Ankerpunkt zwischen Privatleben und Gesellschaft. Weil diese Räume, die danach genannt wurden, natürlich sehr, sehr vielfältig waren. Das reichte eben von Genossenschaftskneipen über eben Zukunftswerkstätten und so weiter. Also die Räume an sich sind sehr, sehr vielfältig, sind aber dort sehr genau zu verorten. Und was sie noch gemeinsam haben, ist eben, dass sie im, naja, Nahbereich, ich mag dieses Wort nicht so gerne, aber nah an einem dran sind. Und Entwicklungsmöglichkeiten bieten und im besten Falle eine gewisse Engagementlandschaft um mich herum bilden, in der ich wirken kann. Und in einer Gruppe wurde sogar dann gesagt, naja, das ganze Dorf sollte als sozialer Ort gesehen werden. Und ich fände es spannend, mal zu überlegen, ob man erforschen kann. Ich bin natürlich jetzt auch Planerin, wie eben so eine Kooperationslandschaft dann in den unterschiedlichen Regionen aussieht und wie die, was die ausmacht. Da geht es nochmal so ein bisschen in die Richtung, was Jan Lindenberg gesagt hat. Also wie sind eigentlich die Eigenwertigkeiten, auch in Bezug auf Kooperationen in den Regionen, fände ich ein ganz spannendes Forschungsfeld. Es gibt das mal in die Richtung, die in die Hochschulen. Zum Selbstverständnis, das Erntefeld des Selbstverständnisses, was da, was ist das für ein Ort? Und da fand ich den Begriff des logofreien Ortes sehr gut, also sozusagen ein offener Ort. Wir haben gehört, Vertrauen, langes Atmen, das Thema Zusammenhalt wurde die ganze Zeit immer wieder kontrovers diskutiert. Und wichtig ist, dass es eben neue Formen des Umgangs dort stattfinden, geübt werden, Konsensfindung, Konfliktmoderation und das Ganze eben in einem, ja, möglichst offenen Raum. Das als Selbstverständnis spürbar zu machen, finde ich eine tolle Aufgabe. Die Anlässe, bei den Anlässen gibt es wirklich, glaube ich, kaum eine größere Spannweite. Also gestartet sind wir mit den konkreten Bedarfen. Also es braucht richtig klare Dinge, die mich ansprechen als Mensch, die kooperieren möchte. Und auf der anderen Seite der globale Wandel, der demnächst oder eigentlich jetzt schon uns mehr als genug Anlässe zur Kooperation bietet. Und wir, wie Burkhard Kolbmann sagte, wir werden da gar nicht mehr drumherum kommen. Also da gab es eine kontroverse Diskussion, auch in den unterschiedlichen Gruppen. Alle einwarnen sich einig, es muss ein Prozess sein. Es kann nicht ein Projekt sein. Ein Anlass kann nicht ein Projekt sein, sondern eigentlich gibt es nicht den Anlass, sondern eben den Prozess, den man mit immer wieder neuen Anlässen durchläuft. Und dabei ganz wichtig, das Erwartungsmanagement und die klaren Ziele, das immer wieder neu auszurichten. Das vierte Erntefeld, wer kooperiert eigentlich? Da gab es diesmal so wahnsinnig viel Wissen darüber, wie eigentlich Netzwerke, Kommunen und Verwaltung zu sich holen wollen. Also wie integriert man Verwaltung und Kommunen in das schon bestehende Netzwerk? Auch umgekehrt aber eben, wie macht es Verwaltung, Engagement mitzunehmen, aufzunehmen, zu stärken? Da gab es eben die beiden unterschiedlichen Blickwinkel und eben tolle Ideen von Solidary Day und Arbeitskreis, Ehrenamt in der Verwaltung. Aber es geht natürlich auch darum, Regionen und Hochschulen zu vernetzen und eben diese ganze Unterschiedlichkeit, die dabei entsteht, auszugleichen oder da Wege des Vermittelns zu finden, eben durch Transferpersonen. Auch da ist es toll, was es für Kreativität gibt. Es gibt Bürgerbotschafterinnen, Weitblicklotsinnen, Quartierskenner, also immer wieder Personen, die zwischen den einzelnen Gruppen, die miteinander kooperieren sollen, vermitteln und dort auch eben die Kommunikation kennen und auch eine gleiche oder ähnliche Sprache sprechen können, die von den beiden Parteien oder den drei Parteien oder wie auch immer dann zusammenkommen. Also ich muss sagen, diesmal war es wirklich sehr, sehr dicht. Es lohnt sich bestimmt, in die anderen Arbeitsgruppen reinzuhören, weil immer etwas von der eigenen auch da drüben mit und weiter besprochen wurde. Ja, das war meine persönliche Ernte. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch alle ganz viel verbindende Offenheit und einen großen Klecks Kühnheit für weitere Kooperationen. Vielen Dank. Vielen Dank.